Was ist die Äthiologie der Geisteskrankheit? Psychische Erkrankungen als Begriff beziehen sich auf ein breites Spektrum von Störungen, einschließlich Angststörungen, Suchtstörungen, Essstörungen, Geschlechts- oder Sexualstörungen und Somatoformstörungen. Trotz der vielen Forschungen über psychische Erkrankungen bleibt noch viel zu entdecken. Daher ist die Äthiologie psychischer Erkrankungen nicht vollständig bekannt. Aufgrund der bisher aufgedeckten Informationen vermuten die Forscher jedoch, dass psychische Erkrankungen durch verschiedene Faktoren verursacht werden. Das römische Ungleichgewicht ist ein Beispiel für einen biologischen Faktor, der an der Äthiologie von Geisteskrankheiten beteiligt ist. Insbesondere wenn ein Ungleichgewicht in den Neurotransmittern des Gehirns besteht, können die Nervenzellen nicht ausreichend kommunizieren, Gehirnmeldungen werden unzureichend verarbeitet und es kann zu psychischen Erkrankungen kommen. Substanzmissbrauch, der über einen längeren Zeitraum auftritt, kann die Gehirnchemie verändern und psychische Erkrankungen verursachen. Eine unzureichende Ernährung, eine unzureichende Aufnahme von Vitaminen und Mineralstoffen oder die Exposition gegenüber Umweltgiften wie Blei können zu Veränderungen der Gehirnchemie führen, die zu psychischen Erkrankungen führen können. Die Genetik ist ein weiterer biologischer Faktor in der Äthiologie psychischer Erkrankungen. Eine genetische Anfälligkeit bedeutet nicht zwangsläufig, dass eine Person eine psychische Erkrankung hat. Ob die Person schließlich an einer psychischen Erkrankung leidet, hängt davon ab, dass sich verschärfende Faktoren wie Missbrauch, Stress oder traumatische Ereignisse ergeben. Die Schädigung des Gehirns ist ein weiterer Faktor, der biologische Auswirkungen hat und an der Äthiologie psychischer Erkrankungen beteiligt ist. Die Gehirnverletzung kann auftreten, wenn eine Person älter ist oder sogar während der Schwangerschaft oder Geburt. Andere biologische Faktoren bei psychischen Erkrankungen sind bereits bestehende Gesundheitszustände. Zum Beispiel ist die als pädiatrische Autoimmunen neuropsychiatrische Störung bezeichnete Erkrankung, die durch eine Infektion mit Streptokokkenbakterien verursacht wird, berichten zufolge eine mögliche Ursache für psychische Erkrankungen bei Kindern. Zu den psychologischen Faktoren, die an der Äthiologie psychischer Erkrankungen beteiligt sind, zählen schwere oder traumatische Erfahrungen, die in der Kindheit aufgetreten sind. Beispielsweise kann körperlicher, sexueller oder emotionaler Missbrauch zu psychischen Erkrankungen führen. Die Vernachlässigung der Eltern oder der Verlust eines Elternteils können auch eine der Faktoren für psychische Erkrankungen sein. Zu den Umweltfaktoren, die an psychischen Erkrankungen beteiligt sind, können verschiedene Erfahrungen gehören, die, wenn sie übermäßig auftreten, problematisch sein können. Übermäßiger Stress verändert die Gehirnchemie und kann dazu führen, dass eine Person an einer psychischen Erkrankung leidet. Erfahrungen wie der Verlust von Angehörigen und der Umgang mit Armut und Gefühle wie Angst und Ärger können zu psychischen Erkrankungen führen. Darüber hinaus sind der Wechsel der Schule oder des Arbeitsplatzes, die soziale Ablehnung oder ein gestörtes Familienklima alles Erfahrungen, die bei längeren oder extremen Erfahrungen zu psychischen Erkrankungen führen können.